hallo mein name ist andre ich bin technischer außendienst mitarbeiter der firma ks tools und ich möchte euch heute unser werkzeug zum reinigen von abs sensor bohrungen am radlaugehäuse vorstellen das werkzeug besteht aus einer ratsche und speziellen reibalen wundert euch nicht dass bei dieser speziellen ratsche das werkzeug nur in einer richtung funktioniert und in der links bewegung rutscht die ratsche durch das verhindert dass ihr die reibalen nicht in der falschen richtung bedienen könnt und somit die schneidflächen der reibalen ruiniert werden würden wenn der abs sensor ausgebaut ist dann sind die bohrung meist verschmutzt und der neue aber erst dann so hat nicht genügend spiel um in die passbohrung reinzukommen und da ist es notwendig dass wir mit diesem werkzeug die bohrung exakt wieder herstellen und reinigen so dass der neue abs sensor sauber und spielfrei eingesetzt werden kann die vorteile des werkzeugs sind also dass wir am fahrzeug arbeiten können dass ihr eine exakte reparatur durchführen könnt und der neue abs sensor spielfrei und exakt eingebaut werden kann